herzlich willkommen zum heutigen marktupdate der S&P 500 konnte sich nach dem scharfen ausverkauf vom dienstag wieder stabilisieren das wollen wir einordnen und auch auf andere märkte schauen denn risikon weiß gibt es natürlich wie immer vorab gerne mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los und gehen rüber in die xstation der S&P 500 hat sich also nach dem rücksetzer vom dienstag gestern wieder etwas stabilisieren können und kurzfristig gibt es eine bullische struktur wer allerdings long unterwegs ist der handelt gegen den langfristigen trend das ist die struktur die wir schon seit über einem jahr haben trend fortsetzung bedeutet dass das tief bei 3500 und zwei punkten getestet und auch durchbrochen werden könnte die hoffnung der bullen nach dem starken bullenmarkt die abwärts bewegung bis zum 50 prozent retracement die reaktion und dann eben hier die erholung seit oktober aber das august hoch august hoch muss eben geknackt werden um einen neuen langfristigen aufwärtstrend einzuleiten wie sieht ein langfristiger aufwärtstrend aus wir können uns das an corona crash noch mal vor augen führen scharfer ausverkauf dann die erholung richtungswechsel und dann gibt es eine klare reihe an höheren hochs und höheren tiefs und ja es gilt also sich ja zu gedulden wenn man eben auf der sicheren seite sein möchte der dax notiert in der nähe des jahreshochs das vor zwei tagen oberhalb von 15.700 punkten erreicht wurde ja die niveaus waren dann nicht nachhaltig aber gestern haben sich die bullen wieder zurück gekämpft euro us dollar konnte gestern das februar tief verteidigen das bietet die möglichkeit auf einen boden gold hat den rückgang sogar vor dem februar tief gestoppt auch hier gibt es eine kurzfristige seitwärtsphase nach dem rückschlag wti befindet sich nach wie vor in einem abwärtstrend und beginnt in dieser woche auch wieder zu fallen während bitcoin nach dem schönen aufwärts impuls zurück in eine wichtige zone reinläuft und hier entscheidet es sich entweder der anstieg oder der bruch nach unten lasst gerne einen daumen da mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal